Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hey, wir haben das ja noch nicht zu Ende gespielt. Oh. Na gut. Wer zuerst auf der anderen Seite vom Beet ist, hat gewonnen. Nein. Ach, Walla. Jetzt bin ich doch überall dreckig. Es macht auch viel mehr Spaß, wenn du dich an die Spielregeln hältst. Papa, kann ich was essen? Was haben wir denn da? Einen Bärendreckspatz und einen Entendreckspatz in unserem Garten? Du hast immer Hunger. Gut, ich hol uns was. Benedikt, ich hab die Küche gerade geputzt und du bist ganz schmutzig. Mach dich bitte erst sauber, bevor du reingehst. Und warte, bis der Boden trocken ist. Ist gut, Papa. Komm, Walla. Wir waschen uns. Du kannst dein Futter noch nicht haben. Papa hat gesagt, wir müssen warten. Ich bin zu dreckig, um reinzugehen. Walla, komm dich sauber machen. Ja. Ja. So, Walla. Jetzt bist du dran. Ich wisch dir die Füße ab. Walla? Vielleicht macht sie ein Nickelchen. Aufwachen, Walla! Wo kann sie bloß sein? Wo kann sie bloß sein? Wo kann sie bloß sein? Walla? 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 Hör auf, dich zu verstecken! Papa hat gesagt, wir dürfen noch nicht reingehen. Voila! Oh nein! Was hast du gemacht? Ich weiß, dass du Hunger hast, aber ich hab doch gesagt, du sollst warten. Wie bekommen wir das nur wieder sauber, bevor Papa das sieht? Nein, das warst du ganz allein. Oh je, es ist ganz schön dreckig. Machen wir erst mal unsere Füße sauber. Ach, wie das hier aussieht. Tja, am besten räume ich hier auch gleich mal auf. Du kannst mir helfen. Zu zweit geht's bestimmt schneller. So. Damit wird alles wieder blitzflank. Erst kommt der Boden dran. Du kannst da drüben anfangen. Voila! Zuerst muss ich hier sauber machen. Kommt wieder her! Wir brauchen euch, um sauber zu machen. Nein, lass das! Hört auf! Ihr sollt aufhören! Nicht! Ach, kommt! So macht ihr doch alles nur noch viel schlimmer. Hört auf! Jetzt hört auf! Komm her! Ihr seid ganz schön schnell! Ach so! Oh, sie wollen Fangspielen, Waller! Vielleicht bekommen wir sie dazu, dass sie spielen und dabei gleichzeitig sauber machen. Ich weiß was ganz Tolles, was wir spielen können. Also, wir machen jetzt ein Putzrennen. Aber ihr müsst dahin gehen, wo ich es euch sage. Ihr wartet hier. Okay. Saust zu den Schränken. Ja. Ja! Es funktioniert. Und jetzt alle herkommen. Wieder zu den Schränken. Und jetzt zum Tisch. Sehr gut! Gut, schrubben, wischen, schrubben. So, jetzt hätten wir hier wieder Ordnung. Oh. Meine geputzte und aufgeräumte Werkstatt kann sich jetzt wieder sehen lassen. Und jetzt zum Hocker und zum Küchenblock. Weiter so. Gut gemacht. Und jetzt zum Herd. Toll. Schrubben, wischen, schrubben. Oh, das Spülbecken nicht vergessen. Ja, genau. Überall drumherum. Und im Spülbecken auch. Das macht Spaß. Alles fertig. Wo steckt denn Benedikt eigentlich? Wer zuerst beim Eimer ist, hat gewonnen. Benedikt, bist du da drin? Versteck dich. Papa kommt. Mit wem redest du da? Mit niemandem. Hm. Ich muss mich mal loben, denn heute habe ich die Küche besonders sauber gekriegt. Wirklich? Ja. Komm mit, Waller. Wir spielen wieder draußen. Wir können ein Hüpfspiel spielen. Aber halt dich an die Spielregeln. Also gut. Bis zum Baum. Hüpfend auf einem Bein. Ja, nicht zummeln. Oh, oh. 行. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020